Was ist der Herr für Priesterberufungen? Wenn wir dabei ständig dranbleiben, dann wird es auch Frucht bringen. Und wenn ich mich beispielsweise an meine eigene Berufung erinnere, dort wo ich im Ordensleben sozusagen meine Ausbildung gemacht habe im Kloster, da war schon Jahre bevor ich eingetreten bin tagtäglich die Anbetung, die eucharistische Anbetung in einer kleinen Seitenkapelle. Und die Leute kamen vom Ort tagtäglich und haben den Herrn angebetet. Auch gerade in diesem Anliegen, um Berufungen zu beten, haben sie es vor den Herrn getragen. Und ich bin sicher, dass auch so ein Gebet, auch gerade vor dem Herrn in der eucharistischen Anbetung, dass das genau Frucht trägt, dass neue Berufungen entstehen. Und wenn ich jetzt auf unseren Orden schaue, auf die Passionisten, es kam plötzlich, es war lange Zeit auch Ebbe in unserem Orden. Und nach und nach ist es dann wieder aufgeblüht. Es gab zahlreiche Berufungen, Bruderberufungen, aber auch Priesterberufungen. Und ich bin auch daraus herausgewachsen. Und das ist ein Werk des Gebetes oder einfach mehr noch eine Frucht des Gebetes. Und das ist ein Werk des Gebetes.